Willkommen wieder bei der Badeelatmosin, aber ich gewinne es für den Darmchen, das kann ja nicht. Wie man sehen kann, bin ich heute der Armin und muss jetzt aber überlegen, dass es nicht so wenig ist, wenn wir da auch fahren. Sollen wir die Badeelatmosin? Okay. Vielen Dank. Stehst du mir die Zeit? Du machst drei Känner, was ist? Du machst zwei, was? Was? Siehst du das nicht? Ey, das geht gar nicht. Das ist jetzt nur drei Känner, was meinst du jetzt nicht mehr? Doch, sind es nicht mehr. Das sind doch krass. Das sind alle Körpersen dann jetzt geöffnet. Das ist auch krass. Es ist Zeit zu sterben. 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 Es ist Zeit zu sterben.